Was geht ab Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die ersten Food Champions Rewards. So, let's go. Fertig gespielt, wir haben 11-4 geholt, Rang 3 erreicht und let's go mit den Rewards. Weihnachtsmann 20 wird als erstes geöffnet. Kein Walkout, krass. ZM, Serbien, DG, Milinkovic, Savic. Das ist ja, das ist ja richtig moch. So, erste Team of the Week Pack. Kein Walkout. Walkout, ZM, Dänemark, Bundesliga. Wer ist das denn? Ekelhaft. So, öffnen wir auch nochmal das zweite davon. Let's go, bitte, bitte. Auch kein Walkout, was? IV, oh, aber Kim Minier. Digga, heute habe ich das richtig mit dem Bundesliga. Der kostet aber wenigstens ein bisschen mehr als Abstoß. Ich glaube 15k oder so. Ja, ich habe glaube ich noch drei Packs. Der hat gar nicht mehr so schlechte Werte. Ah, dahinter noch. Let's go, wir gehen rein. Sie macht sich mal zwei. Öffnen wir. Walkout. Ist ja klar. Lost. Ah, Irine Paredes. Ah, Irine Paredes. Nee. Union Sommer. Boah. Und das ist Untrade bei mir. So, drei, das ist mal zehn. Let's go, drückt auf. Walkout. ZM. Deutschland. Gündogan. Nee, das gibt es nicht. Ich glaube, wir sind mehr als Abschluss wenigstens. Und das ist der einzige Walkout sogar da drin, ey. Oh, Gonzalo Ignacio. Let's go, let's pack. Hero pack. Boah, die Animation sieht geil aus. Walkout. ZDM. Matui. Geil. Loool. Blaz Matui gezogen, Alter. Wie geil. 600k kostet, aber egal. Das ist Untrade. Falls dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mach's gut. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.